Im Alter von 67 Jahren sollte man das Zehnfache, das Zehnfache seines letzten Jahreseinkommens gespart haben, ein Vermögen aufgebaut haben. Bei einem Bruttoeinkommen von immerhin 50.000 Euro wären das stolze 500.000 Euro gut eine halbe Million. Damit ließe sich der Lebensabend ohne Abspriche und mit einem unverhinderten Lebensstil natürlich besser genießen. Um dieses große Ziel natürlich zu erreichen, schlage ich immer folgende Zwischenziele vor. Wer 30 Jahre jung ist, sollte ein Jahresgehalt auf dem Sparkonto haben. In der Reserve mit 40 Jahren sollte man das Dreifache seines Jahreseinkommens an Vermögen aufgebaut haben und mit 50 Jahren sollte das Sechsfache Jahreseinkommensbetrag an Vermögen aufgebaut worden sein.